Und damit herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist mal wieder an der Zeit, es ist Freitag und ja, wir gucken uns mal wieder den XRP Chart ein bisschen genauer an, nachdem sich jetzt ein bisschen was getan hat. Trotzdem, man muss dazu sagen, der gesamte Kryptomarkt derzeit wie eingefroren, News-technisch, Chart-technisch, aber trotzdem werden wir bei XRP mal einen kleinen Blick darauf werfen, was uns jetzt die nächsten Tage oder Wochen möglicherweise erwarten könnte, wie der weitere Plan ist und wie ich meine weiteren Spot-Orders auf jeden Fall planen werde. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Dort kriegt ihr immer die aktuellsten News, Charts etc. pp. Auch wenn ich Spot-Käufe mache, werde ich es dort Bescheid geben. Und wenn ihr XRP noch kaufen wollt oder auch noch traden wollt, wenn ihr Bock darauf habt, gerne die Börse BingX benutzen, ist meine Partnerbörse. Dort kriegt ihr auch momentan wieder ordentlich Boni. Und wenn ihr eure User-ID unten in die Kommentare reinschreibt, könnt ihr auch wie immer am Gewinnspiel teilnehmen, wo ihr wöchentlich Boni gewinnen könnt. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Wir schauen den XRP-Chart an und es ist schon ein bisschen ein Weilchen her, wo wir das letzte Mal drauf geschaut haben. Da haben wir noch drüber gesprochen, okay, hier dieses Top. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Das ist unsere gelbe Linie von unserem wichtigsten Hoch hier drüben bei knapp 2 Dollar. Unsere Widerstandslinie, die wir jetzt schon mehrmals auf Daily-Sicht angetestet haben und immer wieder dran gescheitert sind. Seitdem ging es dann kurz mal runter. Damit darüber gesprochen, es wäre wenigstens cool, bevor wir einen Breakout nach oben hin starten, wenn wir zumindest diese Ineffizienz hier füllen. Wir sind nur bis zu einem Pivot bei 0,55 rangekommen. Seitdem wieder so eine kleine Erholung auf Daily-Sicht und im 4-Stunden-Time-Frame im Endeffekt fast das Gleiche. Hier muss man jedoch dazu sagen, ich bleibe weiterhin dabei, sollten wir jetzt nicht vorher diese Ineffizienz hier nach unten entfüllen, glaube ich eher, dass das hier oben ein Fakeout werden wird. Heißt für uns, was ist jetzt der Plan? Meiner Meinung nach wäre es jetzt cool, wenn wir hier diese Wicks, die wir hier oben haben, die einigermaßen viel Liquidität hier auch noch bieten, plus hier oben dieser Bereich bei 0,65 bzw. 0,64, wenn wir diesen Bereich hier oben wirklich verlassen würden. Wir hätten dann einerseits für die Masse ein Breakout-Signal, was solarieren würde, jetzt können wir long rein-triggern, alle long, long, long. Und dass wir dann den nächsten Abverkauf sehen. Und dann kommt es eben darauf an. Ich werde jetzt mal ganz kurz diese Box hier noch einzeichnen. Das ist nämlich das, auf das, was jetzt hier ankommen wird, die nächsten Wochen. Ich kann mal hier noch dazu schreiben, Make or Break, damit wir es wissen für die nächsten Videos auf jeden Fall. Das ist der Make or Break Point. Sollten wir hier oben wirklich uns drüber halten, auch auf Daily-Sicht, wäre das extrem bullish, weil wir hier oben halt eben unsere massive Widerstandslinie haben, sollten wir nur ein Fakeout sehen. Und davon gehe ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ich soll ja meine ehrliche Meinung sagen, davon gehe ich ehrlicherweise aus, dass wir hier ein Fakeout sehen werden, dann wird das hier nochmal zu einem größeren Crash wahrscheinlich führen. Wo könnte dieser hinführen? Wir haben immer noch zwei interessante Aspekte im Charts. Das sind einerseits zwei Riesendochte, das ist der hier Nummer 1, den wir hier am 5. August hatten, wo es den kompletten Markt-Crash gab, der sehr, sehr interessant ist, der genau hier auf 0,43 US-Dollar-Cent ging. Und dann haben wir den zweiten Wig, der in unsere Kaufzone damals gegangen ist, bei 0,38, also bei 38 US-Dollar-Cent am 5. Juli. Interessant, immer einen Monat später, vielleicht am 5. September der nächste Crash? Mal abwarten, nicht Spaß. Das sind die zwei massiven Punkte, auf die es ankommt. Und egal wie oft wir uns das in der Vergangenheit angucken, die letzten Jahre, diese Wigs wurden immer wieder früher oder später eingeholt, beziehungsweise wieder gefüllt, bevor dann die nächste Rallye nach oben gestartet ist. Wenn schon jeder dachte, es geht to the moon, hier damals bei knapp 1 Dollar, ging es wieder zurück, weil wir hier auch noch irgendwo einen Wig da unten zu füllen hatten. Was das Bearishste wäre, wo ich aber immer noch sagen würde, es wäre für den kompletten XRP-Chart an sich nicht schlecht und für alle Spot-Käufer, die immer noch auf einen XRP-Entry warten für ihre Spot-Kaufzonen, beziehungsweise generell noch XRP ins Portfolio nehmen würden, hätten wir hier unten bei knapp 28 US-Dollar-Cent, beziehungsweise hier unten bei 30 US-Dollar-Cent, immer noch eine Kauforder, weil wir hier einen Brick haben, wir haben hier einen Brick, plus wir haben die Ineffizienz. Das wäre die massiv, meiner Meinung nach, letzte Chance, um XRP zu kaufen. Also es gibt momentan zwei, sehr, sehr interessant, wir können auch drei sagen, wer ein bisschen übermütig ist, wäre die erste Kaufzone hier bei 43 US-Dollar-Cent, die Box können wir da mal ein bisschen größer machen, die zweite bei 38 US-Dollar-Cent und die dritte zwischen 30 und 28 US-Dollar-Cent. Das ist hier unten ganz dick meine Kaufzone. Ich werde hier oben nichts mehr einkaufen, wir haben genug XRP eingekauft, das wird die nächste große Zone werden und ich halte es, wenn man sich jetzt mal, ich habe gerade eine Chainlink-Analyse noch gemacht, wenn man sich nur mal diesen Chainlink-Chart anguckt. Gleiches Spiel auch, riesige Ineffizienz, riesiger WIG-Potenzial für einen Dump, wenn wir uns mal davon ausgehen, dass wir noch zum Golden Pocket hier hochgehen, von 40%. Das würde bei XRP bedeuten, wenn wir jetzt mal nur die zweite Kaufzone nehmen von unserem Make-or-Break-Decision-Point, würde das bedeuten, dass wir hier 40% nach unten hingehen. Ist nicht unwahrscheinlich, natürlich muss man dazu sagen, die letzte Kaufzone hier unten, das wäre ein 50% Markt-Crash. Da müsste schon wirklich was passieren. Altcoins sagt niemals nie. Möglichkeit bestünde, deswegen sage ich euch diese drei Kaufzonen, was meine nächsten Möglichkeiten wären. Also hier oben Make-or-Break-Decision-Point bei 64% bzw. 65 US-Dollar-Cent. Kurzfristige Trades würde ich dann aber auch erst hier oben eingehen. Hier momentan ist einfach Niemandsland. Sollten wir erst den Dump sehen, wäre noch die Möglichkeit hier unten möglicherweise diese Long-Position hier zu triggern in diesem Bereich zwischen 52 und 49 US-Dollar-Cent. Prozentual muss man aber dazu sagen, sind es 6%. Also da müssen wir dann schon wirklich tief in die Analyse dann reingehen, wo wir uns hier im Endeffekt einen Trade-Entry suchen. Auf 1-Stunden-Time-Film würde unsere Box nämlich da schon deutlich verkleinert werden und würde uns nur noch einen Risk von ca. 3,5% bescheren, weil die Ineffizienz hier einfach nochmal ein bisschen tiefer gestaltet ist bzw. auch das Volumentechnische würde uns sogar noch mehr die Möglichkeit geben, dass wir sogar erst hier unten reingehen bei 50 US-Dollar-Cent. Dann nur noch das Risiko bei knapp 2,5% liegen würde. Also das sind jetzt die Optionen, die ich momentan bei XRP sehe. Ihr seht schon, wer die Analysen bei Bitcoin und bei Ethereum etc. pp. schaut. Wir haben momentan eine schwierige Marktlage. Viel Seitwärtsphase. Wir müssen gucken, was ist der erste Punkt. Gehen wir zuerst hoch, gehen wir zuerst runter und danach müssen wir unsere Entscheidungen bzw. Trades planen. Jetzt mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Was denkt ihr? Sehen wir XRP nochmal bei 30 US-Dollar-Cent? Oder sagt ihr, nee, irgendwann ist jetzt mal gut, wir ballern nach oben. Schreibt es unten rein, würde ich mich riesig darüber freuen. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall dann zu einem XRP-Update-Video wahrscheinlich dann erst nächste Woche wieder, zu einer Chart-Analyse wahrscheinlich aber auch erst nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen. Guten Start ins Wochenende, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypt.